Servus Leute und willkommen zu neuen Video Eigentlich hatte ich heute Minecraft, den Plan war eigentlich heute Minecraft Aber ich weiß nicht, ich glaube ich habe das aufgenommen Habe so einen Titel so gemacht und dann bin ich glaube nicht oft hingegangen Als sie kommen Als sie kommen wahrscheinlich heute zwei Videos Und heute habe ich aber in AIM gearbeitet Ne habe ich nicht Oh Gott Aber ich werde morgen wahrscheinlich die Challenge machen oder Stream Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich morgen Stream oder Video Ich weiß halt nicht Bam Headshot Und heute Ja Gegönnt Ich finde den so geil Den Den Ich finde den so geil Ich habe eine ganz bestimmte Taktik Die Taktik ist jetzt erstmal was zu ziffeln Ich habe doch wie so eine Berg T-Shirt Nicht wundern, warum es Hilton so lautet Ähm, weil mir wird es einfach In der Küche wird, äh, machen meine Eltern, ähm, Laminat Zumal eine Laminat rein Und, ja Ich habe so eine, ähm, ich habe jetzt mein Ellen trainiert Ich beweise euch jetzt, dass ich die echte Tomate bin Ich bin Ich bin keine verfaulte Tomate, weil ich bin einfach die echte Tomate sind Ding ist... Ne Bruder Oh, ne Oh, ne Oh, ne Ich bin weg Und, ja Geh Und, ja und, ja Und, ja Ich bin nicht rausgegangen. Ich bin nicht rausgegangen. Nein, Alter. Nein. Ich schwöre auf die chinesische Wurst meiner Mutter, wenn sie lieber eine kaufen würde. Ich bin nicht rausgegangen. Alle guten Dinge sind 50. Ich schwöre auf die... Ich schwöre. Ey, ich schwöre auf alles. Ja, es liegt daran, weil ich nicht die Tomate genommen habe. Jetzt will ich Tomato, weil die Tomate, die regelt das auf Kussbasis. Ich kann ja auch ein Video machen, welche Kombis, ja, Kombis sage ich jetzt einfach mal so, passen. Ich schnitte aber den hier. Mit allen, also dass ich jetzt zum Beispiel sage, yo, Banane passt mit mit dem Hund zusammen, beispielsweise. Also ich mache Beauty Palace. Ich bin Steakfalke Beauty Palace. Wer kennt nicht? Dana ist ja. Also, ist ja normal, ne? Äh, ich habe auch wieder zu viel Scheiße. Das ist Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie, 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 wie bin ich denn eigentlich hier, wie sind drei gekommen? Ich fettfingere ganz viel mein Elm. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, mein Elm, das ist Augenkrebs. Das ist ja nicht mal feierlich. So macht man sich Freunde. Oh, PSN-Moschie. Hi, Dominik. Ich wusste gar nicht, dass Dominik auch spielt. Ich habe glaube ich Solo eingestellt. Ja, ich habe Solo eingestellt. Lol. Dominik spielt mit Ehre. Voll Ehre von mir, Dominik, ne? Aber ich habe doch Solo gestellt. Nicht auf Duwus. Ich weiß ja nicht, was Dominik hier zu suchen hat, aber kann ich gerne machen. Ich bin ein Heimschulwus, ne? Das hätte ich nicht von dir erwartet, Dominik, dass sie hier mitspielt. Das hätte der von ein Riesenauge. Der hat sich für Auge gemacht, wie ich, aber Bruder. Stopp. Ich stirbe keinen Tintenfisch, wenn ich den jetzt... Okay, ist das einer bei mir? Und ich kriege nur Scheiße. Ich weiß ja nicht, warum er die Pistole genommen hat. Tim, geh raus! Raus! Ich nehm jetzt das Video auf, Junge. Danke. Ich habe doch gesagt, ich habe gerade nicht Stange im Mund. So, Wada Wada Sticks. Wada Wada Sticks im Mund. Gerade in meiner Aufnahme, Alter. Hä? 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 Ich muss es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen, aber alle guten Dinge sind rein, also mach ich jetzt noch eine Runde. Also ich sollte ja essen, aber ich mag es damit, wenn ich das was tue. Ich muss es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen, ich muss es nicht verstehen, ich kenne es nicht, ich muss eigentlich auf die Toilette, aber ich weiß nicht wie ich das raus schneide und ich glaube es ist nicht so geil, deswegen muss ich es auch so geil, ich muss auf die Toilette und ich trinke Wasser. Komm streichel, hallo streichel. Was ist denn das? Hä? Das war komisch, weil ich normal, ich hatte das nicht. Was geht denn jetzt hier ab für eine Party? Bam, 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 ja! Abfahrt! Warum ist denn das so laut? Komm runter! Auf Ehre lande ich jetzt auf dem Berg. Falta, mein Ohr, mein Ohr wird gerade vergewaltet. Ich bin nicht gewaltet. Nee, Bruder. Oh ne! Ha! Die Tomate war es wieder. Die Tomate regelt. ich hätte fast verloren das ist warum ist denn das so jetzt geht es schon hätte zu laut habe weil ich die antritt weil ich normalerweise nicht mit ihm und spieler die meisten sich weil die entweder zu leise reden oder schon hätte zu leise gestalten ich habe gesagt schon trainiert das ist gut dass niemand weiß dass sich die tomate heiß schön ding ist das nämlich anna und fett finger auf ihre sitz ich habe wieder zu leise jetzt macht mich noch currywurst ja ja trich gehört zwei curry ist scharf und ich esse keine currywurst und es ist ich bin schade weiter geht's auf ihre ist da jetzt eine pump kann drin ich glaube wir müssen das baum noch mal üben heißt ich habe keine ich habe jetzt auf der waffen aber eben im bauen habe ich nicht das ist ja das ist ja nacken bluten das ist ja aber jetzt sind wenig weil ich nicht kann komischerweise habe ich schon drei solo wins ich bin auch der beste in minecraft wie kann man eigentlich der beste minecraft sein es gibt es glaube es gibt so videos nur börse also nur kann man immer seine die mann an dem der junge ist schlecht in fortnight deswegen spiel jetzt nur noch fifa so ein ding ist das nämlich und ich dann weiß ich auch wirklich die nächsten snipe ich einer kommt ich schneide den Es leben nur 35 Leute, bei der Zone. Ja, geht besser. Aber das ist glaube ich doch echt recht wenig. Da war doch gerade jemand. Ich habe das Bau gesehen. Das Vater war erschrocken. In der Küche. Ich schwöre auf alles. Hier hat doch gerade jemand gebaut, ne? Oh, habe ich jetzt schon wieder gerade in den Augen bekommen. Nee. Also hat mir keiner ge... Nee. Ich schwöre auf alles. Hier ist einer gewesen. Ah, ich kann mir jetzt nur drop, 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 drop. Auf entspannt, auf Küssbasis. Fällt gerade auf, warum hat Tim so eine Kopfhörer bei mir? Ähm, das war auch, das war auch soBY1. Ähm, äh. Ähm, ich wollte äh... Äh, äh, Tim so, äh, hat so gesagt, ja, ich weiß nicht, das war eigentlich, warum der eigentlich bei mir gespielt hat. Ne? Und er hat einfach meine Steuerung, ich lande so, drück ganze Zeit auf 4, da hat er die Steuerung an, das geht gar nicht, hab fast meine Kontrolle weggerufen, da sehe ich, äh, was ist denn das, irgendeiner klebt hier, hä, also jetzt in real life, äh, hä, muss ich nicht verstehen, jetzt habe ich den Lootrop verpasst, ah, der wird geschossen, den hole ich mir, von da, der eine hat eine AK, ja, 3, äh, Hype, Huch, muss los! Ich bin, dass ich gerade so beschloss bin, stimmt, aha, das ist ein bisschen hinterm Baum, ah, Ja, lol, da hat ich gerade gegönnt, warte, ich will den Headshot geben, Ach, ich hätte schon eher snipen sollen, ich schwöre aber meistens, wenn ich snipe, dann snipe ich, aha, wenn ich snipe, dann snipe ich auf den Kopf, Weil ich springt mir nicht schnell mal im Körper, und das macht dann weniger, und er weiß ja, wo ich bin, und dann sterbe ich, weil ich keinen Elm hab, ne? Und da erwarte ich lieber, bin mir sicher, und dann schieße ich ihm den Kopf, und dann ist er meistens tot, direkt, so kann er mich nicht mehr angreifen. Warte, war da gerade ein Schatzkater? Wer nervt mich denn jetzt? Och! Oh, das ist gut! Ich hab's ja letztens mal in Creative gegen Nico ausprobiert, und das war gar nicht so schlecht, ich bin mit der Lust als Luster. Aha! Ach! Ich weiß ja nicht. Aber ich bin jetzt am Hasseln. Wo ist denn der jetzt? Ich hab gedacht, der ist da drin. Oder der ist weitergeflogen. Aber ich hab irgendwie die Vermutung, der ist da drin. Ich weiß nicht. Ähm. Ich geh jetzt einfach da rein. Kostet, was es wolle. Wolle ist ein Stopp. Wieso ging das? Ich will es nicht. Jetzt habt ihr aber eine schöne lange Folge, ohne wie ich euch kenne. Ich schreib natürlich keinen Kommentar. Ist es die Labe oder was ist das? Für ein Geräusch. Hä? Hä? Oha! Ich würde mir eigentlich schon die Pumpkanzen nicken. Hier sind eigentlich meistens zwei Drohnen. Ich will ja kein Leben, weil ich einfach so gut bin. Ja, ich hätte auch die Mund hier öffnen können. Egal. Die Steine, die machen mich, oh scheiße, voll voll verschissen, ey. Huch! 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 Ich habe gesagt, warum ich nicht gebaut habe. Ganz einfach. Mein schönes Metz gehen damit weg. Jo. Ich fliege halt noch rüber, ist mir eigentlich ein Infekt auch egal. Ich gehe hier drauf. Da habe ich eigentlich recht high-grallend. Und da ist er nicht geöffnet. Loll. Als ob ich noch nicht geöffnet war. Egal. Oh, geil. Mein Kugler. Ihr wisst meine Taktik von vorhin. Hä? Warum ist hier ge... Hä? Also der Gegner, der war losend. Egal. Ihr kennt meine Taktik. Kugler schnappen vorhin Gegner von der Weiß nicht, wenn wir aus... Weil ich aussteige. Äh, und das ist meine Taktik. Und dann steig ich irgendwann mal aus. Und dann kriegt er... Bam. Bam. Bam kann jetzt schon. Und dann ist er weg vom Fenster. So ein Ding ist das nämlich. Ähm. Das war's. Das war's auch. Da! Ach, Bruder. Loll. Ne, Max. Du gehst wieder in die Zone rein. Loni Lodge wird bestimmt noch eh noch campen. Auf Ehre. Ich öffne die Truhe jetzt. Es wird Risiko. Oh nein. Das ist zu viel Risiko. Äh. Äh. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Pump wechseln. Immer mit Pumpgun rein. Ihr wisst Bescheid, ne? Cash Pumpgun Headshot. Bam. Tod. Bam. Fortschütz geschnallt. Da. Ah. Hi. Das ist mein Best Buddy, Jungs. Haha. Juhu. Ehre. Du kleiner Pöscher. Soll ich den jetzt... Soll ich den jetzt mal rausholen? Also sich mal ausschalten, mit der Spitze weg tun. Wegwerfen. Auf Ehre. Ja. War mein Revier, mein Junge. Los. Ich hab die ganze Zeit nicht... War die ganze Zeit da oben? Ne, ne? Sonst hätte ich ihn ja gesehen. Okay. Ich hab auch... Ich hab auch... Schreib mir in die Kommentare... War die ganze Zeit. Warum werd ich jetzt abgeschossen? Los. Ist er los? Hä? Hä? Ach, Mann ey. Der war so schlecht. Der kann nix. Nix kann der. Ey, folgt mir auf Instagram. Max Reus. Ihr wisst Bescheid. Lasst ihn irgendwann mal da. Schreibt mir in den Kommentar, ob ich morgen Stream setze. Oder ein Video auf den Zug. Aktiviert die Glocke. Und tschau. Leute.